Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! 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 Elfe Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! die ihn zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hinget. Es hat mit denen nur ein Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie werden in ihrem eigenen Blut saufen. Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Aber es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich, der wollte ich. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ich schluchze. Ich schluchze. Und wo ihr euch gefallen ist. Wie schluchze ich die Kugel! Vielen Dank.